Hey, glaubst du, dass eine Sache das komplette Leben einer Person verändern kann? Wie oft hilfst du anderen? Aufgrund von immer mehr Betrugsmaschen ignorieren wir oft diejenigen, die wirklich unsere Unterstützung benötigen. Der Amerikaner Matt White hatte keine Scheu, einem hungrigen Teenager zu helfen. Und es veränderte die Zukunft des Jungen komplett. Aber dies ist die Geschichte, wo ihn seine Hilfe hingeführt hat. Eines späten Abends auf dem Weg nach Hause entschloss Matt sich, für ein paar Einkäufe anzuhalten. Der Kroger, bei dem er normalerweise einkaufen geht, lag in einer schlechten Gegend von Memphis. Aber nichts Schlechtes war ihm in all der Zeit passiert, in der er dort einkaufen gegangen war. Er ging üblicherweise von Regal zu Regal, nahm die Lebensmittel, die er brauchte und legte sie in seinen Einkaufswagen. Nichts Besonderes. Nachdem er an der Kasse gezahlt hatte, nahm Matt seine Einkaufstüten und war auf seinem Weg nach draußen, als er einen Teenager bemerkte, der ihm folgte. Seine Gedanken schwirrten in seinen Kopf umher. Warum folgt er mir? Was will er? Ist er ein Bettler? Was, wenn er eine Waffe hat? Während Matt nachdachte und Angst erfüllt sich dem Ausgang näherte, holte der Teenager ihn ein und bot ihn an, die Tüten zu seinem Auto zu bringen im Austausch gegen einen glasierten Donut, den Matt in seiner Tüte hatte. Er fragte nicht nach Kleingeld, sondern suchte etwas Arbeit, um im Austausch etwas Essen zu bekommen. Matt schaute sich den Teenager an. Da er dünn, hungrig und sehr verwirrt war, schien er etwas Hilfe zu gebrauchen. Wie sonst sollte man so eine verzweifelte Aktion erklären, nämlich einen Fremden nach einem Donut zu fragen? Matt entschied sich, dem Teenager zu helfen. Sie gingen zurück zum Laden. Ist es wirklich möglich, jemanden abzuweisen, der auf extreme Maßnahmen zurückgreift, nur um Donuts zu bekommen? Matt kaufte alles, was jeder von uns normalerweise braucht. Seife, Zahnbürsten, Lebensmittel, Früchte, Gemüse. Während sie zusammen einkauften, fand Matt heraus, dass der Name des Teenagers Chauncey Black war. Er 16 Jahre alt war und in seiner Freizeit nach der Schule jeden möglichen Teilzeitjob annahm, um seiner Mutter dabei zu helfen, die Miete zu bezahlen und Essen zu kaufen. Chauncey erzählte, dass seine Mutter nicht arbeitete. Sie kamen nur durch ihre Arbeitsunfähigkeitsversicherung über die Runden. Aber am meisten überraschte Matt die Tatsache, dass Chauncey herausragende Noten hatte, wenn man seine Umstände betrachtete und sogar plante, sein eigenes Geschäft aufzuziehen, um Menschen wie ihm zu helfen. Matt entschied sich, seine neue Begleitung nach Hause zu fahren. Als er nach innen ging, war er von dem, was er sah, geschockt. Chauncey hatte nicht übertrieben. Es gab buchstäblich nichts in dem Haus. Keine Möbel, kein Telefon, kein Fernseher, zwei kleine Nachtlampen, ein komplett leerer Kühlschrank. Es gab auch keine Betten. Chauncey und seine Mutter schliefen in Schlafsäcken. Barbara, seine Mutter, benötigte dringend medizinische Versorgung. Sie war überall am Zittern und es war ersichtlich, dass sie sich ohne Hilfe selber nicht gut fortbewegen konnte. Als Matt nach Hause kam, zögerte er keinen Moment, sich an die sozialen Medien für Hilfe zu wenden. Ja, er lebte ziemlich gut und konnte wahrscheinlich Chaunceys Familie hier und dort aushelfen, aber er hatte nicht genug Geld, um noch mehr zu tun. Er erzählte Chaunceys Geschichte auf seiner Facebook-Seite und er stellte auch eine Seite auf GoFundMe, wo Menschen der Familie finanziell aushelfen konnten. Der anfängliche Plan war, Geld für zumindest ein paar Notwendigkeiten zu sammeln. Matt plante auch, einen Rasenmäher mit dem Spendengeld zu sammeln, so dass Chauncey während den Sommerferien arbeiten konnte, indem er den Rasen seiner Nachbarn mähte. In der Zwischenzeit wurde die Geschichte viral. Und dann kam Matt ein Gedanke. Was, wenn wir nicht nur einen Rasenmäher, sondern ein neues Zuhause kaufen könnten? Und genau das tat er. Die betroffene Öffentlichkeit konnte 340.000 Dollar für einen Teenager und seine behinderte Mutter sammeln. Mit dem gespendeten Geld konnten Chauncey und Barbara in eine bessere Nachbarschaft ziehen und sogar ein Auto kaufen. Der Teenager selber wechselte die Schule gegen eine angesehenere und bekam weiterhin herausragende Noten. Er plante nicht sein Ziel, ein Unternehmen zu starten, ad acta zu legen, besonders nachdem tausende von Menschen seiner Familie geholfen hatten. Die Geschichte erhielt massive öffentliche Aufmerksamkeit. Und Chaunceys Fotos wurden in allen Zeitungen und im Fernsehen gezeigt. Und so kehrte im Januar 2020 das Gesicht dieses bereits erwachsenen jungen Mannes auf die Titelseite zurück. Ist dieses Unternehmen bereits erfolgreich, fragst du dich vielleicht? Nein. Keineswegs. Er wurde des Mordes verdächtigt. Eines Samstagnachts kam ein Wagen an das Haus der Blacks angefahren, in ihm deren Feinde, die Edward-Brüder, die das Feuer auf sie eröffneten. Chauncey und sein Bruder Timothy rannten aus dem Haus und erwiderten das Feuer. Aber das Auto fuhr davon und entfernte sich aus dem Blickfeld. Keine gute Samstagnacht. Das Schlimmste daran war, dass ein unschuldiger Nachbar involviert und schwer verletzt wurde. Der 26-jährige Caleb konnte nicht gerettet werden. Während der Untersuchung fand die Polizei heraus, dass die Blacks nicht die besten Nachbarn waren und die Menschen ihnen aus dem Weg gingen. Mindestens einmal pro Woche besuchten mehrere Polizei wegen das Haus und fast jeden Abend gab es Streitigkeiten. Und nebenbei bemerkt, dies war nicht das erste Mal, dass Chauncey Teil eines Verfahrens war. 2019 wurde er dafür verurteilt, Todesdrohungen verschickt zu haben und erhielt eine Bewährungsstrafe. Dieses Mal erhielten die Brüder eine Strafe von jeweils 50.000 Dollar. Ich frage mich, ob sie das mit dem Geld abbezahlen, das ihnen gespendet wurde. Hinterlass uns unten einen Kommentar. Glaubst du, dass Matt White das Richtige getan hat, indem er so viel Geld für die Familie gesammelt hat? Er kannte sie nicht alle, aber seine aufrichtige Absicht war zu helfen und dachte nicht, dass es so ausgehen würde. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, abonniere den Kanal und klicke jetzt auf den Bildschirm, um eine weitere Geschichte mit einem unerwarteten Ende anzusehen. Bis bald!